hier ist wieder der test michael von youtube und heute stelle ich euch mal ein marvel ultimate spider-man mal set vor und wo es das zu kaufen gibt das zeige ich euch jetzt erst mal das marvel ultimate spider-man mal set mit 51 teilen bekommt man auf amazon für 8 49 plus 3 49 versandkosten zu bestellen den link zum produkt findet ihr wie immer im text hinter dem video einfach draufklicken kommt die direkt auf amazon hin sollte der link mal nicht funktionieren könnt das gerne in kommentaren posten und so schaut das mal set aus wenn man es geliefert bekommt und dieses werde ich jetzt mal auspacken ja und so sieht der malkoffer nenne ich mal dann aus da sind zwei verschiedene abbildungen drauf und das schöne ist den kann man dann halt hier durch die gegend tragen hier ist ein kleiner tragegriff drunter der lässt sich noch ein bisschen rausziehen und hier vorne wird das ganze dann verschlossen das könnte dann hier so aufmachen und dann so auf falten was ist alles schönes drin werden hier einmal ein lineal dann verschiedene stifte hier sind noch so wasser mal farben ein pinselchen bleistift schwämmchen radiergummi spitzer und noch andere verschiedene mal farben das hier sind die filz stifte die farben gelb und schwarz fehlen leider dafür bekommt man so ein schickes rosa und lila die beiden farben hätte ich lieber weggelassen und dafür gelb und schwarz genommen das herausnehmen der stifte finde ich persönlich gar nicht mal so einfach wenn man hier hinten oder hier vorne drauf drückt kriegt man sie nicht raus und ich mit meinen dicken fingern komme ich auch nicht so dazwischen und gerade eine schere dann geht das ganze schon einfacher so sehen dann die stifte aus überall so ein muster drauf und man kann dann prima mit malen bei den filz stiften ist das schon ein bisschen einfacher die kann man schon einfach so entnehmen die schauen dann so aus auch wieder ein muster drauf mit spiderman und dann kann man dann auch prima mit malen so die mal farben zeige ich jetzt mal nicht hier hätten wir noch den pinsel der schaut dann so aus dann noch den bleistift auch wieder mit spiderman logo und bildchen hier vorne der muss aber noch angespitzt werden dann hätten wir hier noch die drei anderen sachen und zwar das schwämmchen den spitzer und den spiderman radiergummi um die buntstifte hier zu entnehmen drückt man einfach hier vorne auf die spitze und dann gehen sie schon von alleine raus auch wieder spiderman bild drauf und damit kann man dann halt prima mit malen bei den stiften ist das schon wieder ein bisschen schwerer da ist nichts so mit raus drücken muss ich wieder meine schere nehmen diese schauen dann so aus und die müssten eigentlich auch noch angespitzt werden mal gerade was gucken ob die da rein passen nee dann liege ich da falsch also die werden nicht angespitzt dann wird damit einfach so mit gemalt okay da kann man so vielleicht etwas breiter mit malen wenn man hier vorne mit der fläche dann auf dem papier malt jetzt habe ich euch das spiderman mal set auch mal kurz vorgestellt mir hat dieses richtig gut gefallen es gibt viele unterschiedliche stifte und eine große farbauswahl des weiteren kann man es prima zusammenklappen und mittels des tragegriffs dann auch noch transportieren wer interesse an dem produkt hat den link dazu findet ihr im textfeld unter dem video einfach draufklicken kommt direkt auf amazon hin das war wieder der testmichel von youtube dann sage ich mal tschüss bis zum nächsten mal und wenn ihr mich jetzt abonniert verpasst ihr kein weiteres video bis zum nächsten mal